Je nachdem, welche Funktionen Zellen haben, sind ihre Oberflächen unterschiedlich differenziert, also ausgebildet. Man spricht hier von einer Oberflächendifferenzierung. Dazu gehören auch die unterschiedlichen Zellfortsätze, wie etwa die Zilien, die Flagellen oder Geißeln und die Mikrophili. Auf all diese Fortsätze gehen wir gleich noch genauer ein. Aber vorab ein kurzer Überblick. Bei den Zellfortsätzen kann man zwischen aktiv beweglichen und nicht aktiv beweglichen Fortsätzen unterscheiden. Kinozilien sind in der Regel aktiv beweglich. Hier gibt es jedoch Ausnahmen. Auch bei den eukaryotischen Geißeln handelt es sich um aktiv bewegliche Fortsätze. Prokaryotische Geißeln werden über einen in der Zelle verankerten Motor in Bewegung gebracht. Das heißt, sie bewegen sich zwar auch, aber nicht durch Eigenbewegung. Und nicht aktiv beweglich sind auch die Mikrophili. Schauen wir uns zuerst die Kinozilien an, danach die Geißeln bzw. Flagellen und dann die Mikrophili. Und zu guter Letzt werde ich die wesentlichen Punkte noch einmal in einem Überblick zusammenfassen. Bei den Zilien handelt es sich um haarähnliche Ausstülpungen der Zellmembran. Die lateinische Bezeichnung Zilium bedeutet so viel wie Wimper, weshalb die Zilien auch Zellwimpern genannt werden. Sie haben einen Durchmesser von etwa 0,25 Mikrometer bzw. 250 Nanometern und eine Länge von ca. 2 bis 20 Mikrometern. Wie schon angesprochen, sind die Kinozilien in der Regel aktiv beweglich. Sie kommen in großer Anzahl vor, also zum Beispiel 200 bis 300 Stück pro Zelle. Und sie befinden sich an der apikalen Zellseite von Epithelzellen. Ein kurzer Einschub. Bei Epithelzellen lassen sich zwei Pole unterscheiden, die nach außen bzw. in Richtung der freien Oberfläche des Epithelgewebes orientierte Seite bezeichnet man als apikale Seite. Sie steht im Kontakt mit der Luft oder mit Körperflüssigkeiten. Die nach innen gewandte Seite eines Epithels nennt man basale Seite und die Seite, die zu den benachbarten Zellen zeigt, ist die laterale Seite. Zusammengefasst bezeichnet man sie deshalb auch als basolaterale Seite. Diese Bereiche sind durch die Tight Junctions voneinander getrennt. Die Kinozilien sind beispielsweise im respiratorischen Flimmerepithel im Atemtrakt zu finden. Respiration ist die Atmung und respiratorisch bedeutet so viel wie die Atmung betreffend. Schauen wir uns nun den Aufbau von Kinozilien an. Im Querschnitt einer Zilie sind neun Mikrotubuli-Paare, sogenannte Dubletten, zu erkennen. Diese Mikrotubuli-Dubletten sind ringförmig um zwei einzelne Mikrotubuli angeordnet. Es handelt sich hierbei also um eine neun mal zwei plus zwei Struktur oder nur um eine neun plus zwei Struktur und man nennt dieses Gerüst bzw. diese Struktur Axonim oder Achsenfaden. Im Video zum Zytoskelett haben wir uns mit dem Aufbau der Mikrotubuli beschäftigt. Dort haben wir gelernt, dass ein Mikrotubuli in der Regel aus 13 Protofilamenten besteht. Bei den neun Mikrotubuli-Paaren ist nur einer der beiden Tubuli komplett und besteht aus 13 aus Tubulin aufgebauten Protofilamenten. Diesen Tubulus nennt man A-Tubulus. Der andere Tubulus ist unvollständig. Er besitzt nur 10 aus Tubulin aufgebauten Protofilamenten und ein Filament, das aus Tektin aufgebaut ist. Diesen Tubulus nennt man B-Tubulus. Bei den einzelnen Mikrotubuli in der Mitte handelt es sich um vollständige Mikrotubuli. Die benachbarten Mikrotubuli-Dubletten sind untereinander durch das Protein Nexin verbunden und über Speichen sind sie mit den zentralen Mikrotubuli verbunden. Auch die zentralen Mikrotubuli sind miteinander verbunden und sie sind von einer zentralen Hülle umgeben. Damit die Zylien sich aktiv bewegen können, gibt es das Motorprotein Dynein. Dieses Protein ist am A-Tubulus befestigt. In der Literatur werden sie auch oft als zwei Arme bezeichnet. Sie sehen in der schematischen Darstellung auch oft aus wie Arme. Diese Dyneinarme sind zum B-Tubulus des benachbarten Dubletts gerichtet. Das Dynein wandert unter ATP-Verbrauch am B-Tubulus des benachbarten Mikrotubuli-Paars entlang. Es entsteht eine Verschiebung der Dubletten gegeneinander. Aber zum einen sind die Dubletten ja über Proteinkomplexe miteinander verbunden und zum anderen sind die Dubletten am Basalkörper befestigt. Dadurch verschieben sie sich nicht einfach gegeneinander, sondern es entsteht eine Biegung. Die Mikrotubuli gehen aus einem Basalkörper hervor. Der Aufbau der Basalkörper gleicht dem der Zentriolen. Der Basalkörper besteht demnach aus neun Mikrotubuli-Triblets. Sie haben aber keine zentralen Mikrotubuli. Man spricht bei ihnen von einer neun mal drei plus null Struktur. Bei den Phasen eines Zylienschlags kann man einen schnellen effektiven Schlag und einen langsamen Erholungsschlag unterscheiden. Der effektive Schlag wird auch Kraftschlag genannt und führt zur Bewegung. Dieser schnelle Schlag sorgt für die Bewegung bzw. den Transport von Substanzen an der Zelloberfläche. Danach folgt der langsame Erholungsschlag, der die Kinozilien wieder zurück in die Ausgangssituation bringt. Kinozilien schlagen rhythmisch in eine Richtung. Sie schlagen dabei aber nicht synchron, also gleichzeitig, sondern metachron. Das heißt, sie schlagen koordiniert nacheinander. Dadurch können Partikel oder Schleim in eine Richtung transportiert werden. Durch die koordinierte, wellenartige Bewegung wird ein gerichteter Transport ermöglicht. So können beispielsweise Schmutzpartikel im Atemtrakt, das mit dem respiratorischen Flimmerepithel ausgestattet ist, in Richtung Mund und Nase transportiert werden. Das respiratorische Flimmerepithel im Atemtrakt ist mit ganz vielen Kinozilien ausgestattet. Wie wir bereits festgestellt haben, wird die Bewegung der Zylien durch das Vorhandensein verschiedener Proteine ermöglicht, wie zum Beispiel das Motorprotein Dynein. Fehlen solche zusätzlichen Proteine, können auch Zylien mit so einer 9x2 plus 2 Struktur nicht aktiv beweglich sein. Das ist beispielsweise bei den Zylien der Riechsinneszellen der Fall. Hier fehlen die Dyneinarme. Deshalb sind diese Zylien nicht aktiv beweglich. Sie sind für die Aufnahme von Reizen wichtig. Dann gibt es noch die Geiseln. Sie kommen einzeln oder in kleinen Gruppen vor. Auch sind sie mit bis zu 200 Mikrometern in der Regel länger als Zylien. Geiseln dienen der Fortbewegung einzelner Zellen. Die lateinische Bezeichnung für Geisel ist Flagellum und das bedeutet übersetzt so viel wie Peitsche oder eben Geisel. Wichtig ist, dass Flagellen bei Prokarionten und bei Eukaryonten vorkommen. Dabei erfüllen sie jeweils die gleiche Funktion, sind aber unterschiedlich aufgebaut. Bei den Eukaryonten sind die Flagellen bewegliche Ausstülpungen der Zellmembran. Ihre innere Struktur ist wie bei den Zylien eine 9x2 plus 2 Struktur aus Mikrotubuli. Die neuen Mikrotubuli-Dubletten, die über Nexin miteinander verbunden sind, umgeben zwei einzelne Mikrotubuli. Auch hier wird die Gleitbewegung durch die Bewegung von dem Motorprotein Dynein verursacht. Ein Beispiel für eukaryotische Zellen mit Geiseln sind die Spermien. Die Geiseln bewegen sich dabei wellenförmig und sorgen so für die Fortbewegung der Spermien. Bei den Prokarionten handelt es sich bei den Flagellen um Proteinfäden aus Flagellin. Sie sind an einem Motor befestigt, der in der Zellmembran verankert ist. Durch diesen Motor werden sie dann in Drehung gebracht, ähnlich wie bei einem Propeller, sodass die Zelle sich bewegt. Die Flagellen von Prokarionten sind nicht von der Zellmembran umschlossen. Auch bei den Mikrophili handelt es sich um Ausstülpungen der Zellmembran. Die Mikrophili werden auch Mikrozotten genannt. Philus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Zotte. Sie haben einen Durchmesser von ca. 0,1 Mikrometer und sind ca. 2 Mikrometer lang. Durch die Mikrophili wird die Oberfläche von Epithelzellen vergrößert. Das ist zum Beispiel auch im Dünndarmepithel der Fall. Die Mikrophili befinden sich dabei an der apikalen Zellseite. Im Gegensatz zu den Kinozilien sind sie aber nicht aktiv beweglich und auch anders aufgebaut. Die fingerförmige Form der Mikrophili wird durch Aktinfilamente, aka Mikrofilamente, ermöglicht. Die Aktinfilamente befinden sich direkt unter der Zellmembran und stabilisieren die Mikrophili. Die Filamente werden durch Proteine in Bündeln zusammengehalten, darunter die Proteine Fimbrin und Filin. Die Mikrophili stehen dicht nebeneinander und bilden zusammen einen Bürstensaum. Durch diese vielen Ausstülpungen wird die Zelloberfläche vergrößert. Durch diese Oberflächenvergrößerung kann ein stärkerer Stoffaustausch stattfinden, wie etwa im Dünndarmepithel. Im Dünndarm gibt es zum einen die Zotten, um die Oberfläche zu vergrößern und zum anderen haben die Zellen dieser Zotten auch Mikrophili. Dadurch gibt es eine größere resorbierende Oberfläche, also eine größere Oberfläche, über die Stoffe aus dem Darm aufgenommen werden können. Noch einmal ein kurzer Überblick. Bei den Kinozilien handelt es sich um Ausstülpungen der Zellmembran an der apikalen Zellseite. Sie kommen in großer Zahl vor und sind für den gerichteten Transport wichtig. Sie sind aus Mikrotubuli aufgebaut und besitzen eine 9x2 plus 2 Struktur. Sie sind mithilfe von Proteinen aktiv beweglich. Geißeln bzw. Flagellen kommen einzeln oder in Kleingruppen vor und dienen der Fortbewegung einzelner Zellen. Sie sind bei Prokaryonten und Eukaryonten unterschiedlich aufgebaut. Bei den Eukaryonten handelt es sich um Ausstülpungen der Zellmembran. Sie sind aus Mikrotubuli aufgebaut. Auch sie sind aufgrund vorhandener Proteine aktiv beweglich. Bei den Prokaryonten handelt es sich um Proteinfäden aus Flagellin, die durch eine Art Motor verankert sind und in Drehung gebracht werden. Die Mikrofili sind fingerförmige Ausstülpungen der Zellmembran an der apikalen Zellseite, die in großer Anzahl vorkommen. Sie vergrößern die Zelloberfläche und sorgen so für einen besseren Stoffaustausch. Sie sind aus Aktinfilamenten aufgebaut und nicht aktiv beweglich. Wenn euch das Video geholfen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mich mit einem Abo und einem Like unterstützt.